Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Tipps und Tricks. Ja, der Fortbyte 62 ist jetzt freigeschaltet worden, zugänglich mit dem Outfit Stratus in einer verlassenen Villa. Das hier ist der Stratus. Kennt ihr ja aus dem Battle Pass. Geht natürlich nur dann, wenn ihr den freigeschaltet habt. Ich gehe jetzt hier mal in den Gruppenkeile-Modus und dann machen wir das. So, sehr perfekt die Zone. Hier hinten, da hinten ist die Villa. Da ist die Villa. Und da ist dann auch dieses neue Fortbyte. Das heißt, wir müssen jetzt ziemlich am Anfang abspringen. Die Villa ist auch ziemlich zerstört. Also, ich bin früher ab und zu mal ganz gerne dort gelandet. Gab es relativ viel Loot immer von oben nach unten. Gab es auch mal da unten dieses Dance Battle. Jetzt ist nur noch so eine Ruine da. Müssen wir mal gucken. Müssen wir eigentlich hier unten drin einfach nur landen. Und da hinten ist er auch schon. Zugänglich mit dem Outfit Stratus. Ja, wenn es euch geholfen hat, dann lasst doch mal bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar da. Und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite. Tipps und Tricks mit mir immerhin gleich. Haut rein, macht es gut, bis dann und tschüss. Tipps und Tricks mit mir. Tschüss. Vielen Dank.